Hallo, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphe kann sich in alles verwandeln! Hau, hau! Zurückgeblieben! Was ist das denn, Officer Freeze? Damit kann man mit anderen den Körper tauschen. Das Modul muss sich wegschließen, bevor es Schaden anrichtet. Ups, das tut mir leid, April. Wie jetzt? Ich hab nen Schnauzer? Oh, oh! Sie haben die Körper getauscht! Hä? Das ist jetzt April! Hi, Morphel! Und da haben wir Officer Freeze! Hallo, Morphel! Wie sein? Wo gehen? Lass mich doch runter! Erst wenn ich das ganze Eis bekommen habe! Ah, Officer Freeze! Ich brauch Ihre Hilfe! Entschuldigung, aber ich bin doch April! Mach schon, Mila, tausch unsere Körper zurück! Die Batterie ist aber leer! Wir müssen sie erst aufladen, bevor ihr wieder in eure Körper zurück könnt! Keine Sorge, Leute! Ich habe alles unter Kontrolle! Stellt den Eiswagen sofort wieder ab! Will das kleine Mädchen uns etwa sagen, was wir tun sollen? Nicht in meiner Stadt! Seid nicht so frech, ihr frechen Früchtchen! Mach dich locker, Freeze! Schnell, Morphel! Verwandle dich in einen Kipplaster! Und jetzt holen wir uns das leckere Eis zurück, Morphel! Da vorne! Jetzt nach hinten! Ganz leicht nach rechts! Jetzt ein bisschen links! Ja, wir haben's! Lass den Kran Kran sein! Wir holen uns jetzt auch ein leckerer Eis! Lass das! Schnell, Morphel! Verwandle dich in einen Superheld! Jetzt lass uns den Wagen einfangen! Geraldo, wir sind gleich da! Schneller, Morphel! Gleich haben wir ihn! Danke, Mila und Morphel! Yay! Haha! Zack! Das ganze leckere Eis gehört mir! Nicht in meiner Stadt! Die schnappen wir! Moment! Ich komm nicht an die Pedale ran! Und ich kann nicht fahren! Die kriegen wir schon! Morphel, verwandle dich in einen Drachen! Morphel! Morphel! Springt auf! Feuerstoß, Morphel! Ah! 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 Er ist wieder aufgeladen! Puh! Ich bin wieder ersetzt! So ist's besser! Und ihr drei wandert jetzt ins Gefängnis! Danke, dass ihr mich gerettet habt! Und mein leckeres Eis! Aber gerne doch! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch! Das ist Robo-Freeze! Ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze! Also der Typ sieht ja spitze aus! Robo-Freeze kann auf drei Arten reagieren! Gar nicht, gemäßigt und rigoros! Führen wir das einfach mal vor! Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden! Bitte heben Sie den Müll auf! Morphel, verwandle dich in eine Greifzange! Morphel! Morph! Morph! Danke! Du bist eine gute Mitbürgerin! Lasst mal sehen, wie er bei rigoros reagiert! Achtloses Wegwerfen ist die Krankheit! Ich bin das Heilmittel! Sie sind festgenommen! Was soll das denn? Lass mich runter! Also vielleicht war rigoros doch etwas zu rigoros! Morphel! Wir müssen Robo-Freezes Schalter auf gar nicht umstellen! Folgt mir! Stillgestanden! Sie sind festgenommen, da Sie den Rasen plattreten! Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen! Sie hatten es aber vor! Morphel, drück seinen Schaltknopf! Robo-Raketen-Rucksack aktiviert! Morphel, verwandle dich in einen Superheldenanzug! Morphel! Morphel! Und los! Schneller, Morphel! Er ist zu schnell, Morphel! Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen! Ihr Kran ist zu laut! Sie sind festgenommen! Was? Ich werfe jetzt Müll auf den Boden! Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin! Ich komme wieder! Da kommt er! Morphel, verwandle dich in ein Polizeiauto! Morphel! Morphel! Morph! Ah! Mich fallen lassen! Sie sind festgenommen! Zuerst müssen sie mich mal fangen! Robo-Fries gefallen! Lass mich hier raus! Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch! Die Blumen sehen toll aus, Mila! Aber die Gelben dort drüben könnten mehr Erde brauchen! Morphel hilft! Morphel! Morph! Morph! Wow! Danke für die Hilfe, Morphel! Ich glaube, die Blumen wollen jetzt noch etwas Wasser! Morphel spielt! Morphel! Oh nö, Morphel! Jetzt bist du voller Matsch! Und alle um dich herum auch! Morphel, nicht Matsch! Jetzt bist du ein echter Matschkopf, Morphel! Zu viel Matsch aber! Folg mir, Morphel! Lass diesen Tag magisch werden! Aber auch ein Bad nehmen! Das Wasser hier ist so schön warm! Sieh mal! Da kommen noch Blubberblasen rein! Morphel, kein Bad! Jetzt komm schon, Morphel! Zeit zu baden! Morphel! Morph! Morph! Halt dich fest, Morphel! Vielleicht, wenn er sich in einen Ball verwandelt? Aber dann hüpft er ja davon! Jetzt hab ich's! Morphel, verwandel dich schnell in einen Pinguin und dann stürze ins Schwimmbecken! Morphel! Morph, Morph! Ich fang dich auf, Morphel! Wow, jibig! Halt dich glitzcht rum! Wow! Ein durchflutschender Pinguin! Hi! Morphel, ich bin dir dicht auf den Fersen! Das muss jetzt mal aufhören! Du verteilst den Matsch überall! Achtung, da vorne ist der Wetterbus! Morphel, verwandle dich jetzt in einen Schwamm! Und dann, wer das Wasser aufsaugt! Und dann, wer das Wasser aufsaugt! Morphel! 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 Morphel mit euch! Tut uns leid, Herr Wenderbus! Und Bello wird gemacht! Also dann, Morphel, du schwabbelig-schwammiges Schwämmchen! Somit ist für dich Zeit zu baden! Unser Matschkopf war gar kein Quatschkopf! Er badet mit uns! Ganz genau! Und du bist jetzt sauber, Morphel! Also darfst du raus aus dem Bad! Morphel badet jetzt! Morphel bleibt drin! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch! Hehehehe! 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 Mila, Morphel! Der Betreuer rief an! Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo! Okay, Papa! Morphel! Verwandle dich in ein fliegendes Haus! Hehehehe! Hehehehe! Mila, Morphel! Toll! Ich brauche eure Hilfe! Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar! Toll! Wir können alle in Morphel dem fliegenden Haus fliegen! Die Wüste ist heiß und trocken! Das ist das perfekte Zuhause für einen Kamel! Morphel, schau mal! Es ist ein Drache! Ich glaube, er will mit uns kommen! Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden! Nicht wahr, Morphel? Yeah! Oh oh! Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin! Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt! Okay, gehen wir an einen anderen Ort! Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen! Oh oh! Aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen! Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden! Aber wir geben nicht auf! Sieh mal, Morphel! Da ist ein Vulkan! Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen! Okay, Drache! Du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen! Jetzt ist es Zeit für Morphel und Milch nach Hause zu gehen! Bye-bye! Drache! Oh, jetzt verstehe ich! Du bist ein magisches Haustier! Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten! Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter! Aber ich habe schon ein magisches Haustier! Morphel! Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können! Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich! Oh, nein! Da! Bauarbeiterin Mary reißt die Stadt ab! Warum macht sie das denn, Morphel? Halt! Nicht in meiner Stadt! Oh! Schieß einen Hypnose-Strahl auf ihn ab! Lass sie das Gebäude abreißen! Gebäude abreißen! Morphel, verwandle dich in einen Riesenroboter! Genauso groß, wie die ganzen Häuser sind! Morphel! Morph! Morph! Oh! Jetzt halte Mary auf, bevor die ganze Stadt kaputt ist! Morphel hält Mary auf! Nein, Morphel, hilf ihr, die Stadt kaputt zu machen! Alles klar, Bandit! Oh, nein! Morphel ist böse geworden! Dank dem Hypnose-Strahler, den wir der Wissenschaftlerin Paola gestohlen haben, muss jetzt jeder in der Stadt tun, was wir ihm sagen! Gib uns ein Gratis-Eis! Gratis-Eis! Papa, die Banditen machen, dass alle die Stadt zerstören! Wie können wir sie aufhalten? Ich weiß schon, wie! Wir sind die formidabelsten Fieslinge! Und das alles nur dank des Hypnose-Strahls! Papa, schnapp die Banditen! Hey! Paula, da, der Hypnose-Strahler! Den nehme ich! Hey! Jetzt schnell, enthypnotisier Morphel! Mary! Und Polizist Fries! Morphel und Bauarbeiterin Mary, könnt ihr die Stadt wieder aufbauen? Morphel mag aufbauen! Aha! Polizist Fries, nehmen Sie diese Banditen fest! Da ihr die Stadt demoliert habt, wandert ihr in den Knast! Warum macht eigentlich jeder genau das, was Mila ihm sagt? Ja! Hast du die etwa hypnotisiert? Wir haben das nicht gemacht, weil Mila uns hypnotisiert hat! Sondern weil sie mit ihrer Idee richtig lag! Hä? Leute zu etwas zu zwingen, das sie nicht tun wollen, ist nicht sehr nett! Das habt ihr alle super gemacht! Mit einem magischen, wandelbaren Haustier ist jeder Tag einfach magisch! Mila! Morphel! Geraldo ist am Telefon! Danke, Papa! Hi, Geraldo! Hallo! Als kleines Dankeschön, weil ihr mir immer so toll helft, habe ich eine besondere neue Eissorte kreiert! Mh! Den Mila und Morphelstrudel! Lecker Eis! Haha! Es ist so köstlich, ich kann gar nicht aufhören, es zu schlecken! Jetzt ist nur noch ganz wenig übrig! Mh! Lecker Eis! Haha! Also, ihr müsst euch beeilen! Hm, sonst ist alles schon weg! Ich bin auf der Dschungelinsel! Orphel, kommt schon! Hahaha! Oh nein! Das war Orphel! Wenn er zuerst da ist, verputzt er das ganze neue Eis allein! Nein! Verrundle dich in ein super schnelles Rennauto und holen wir Orphel ein! Hallo Orphel! Morphel! Morphel! Los geht's, Morphel! Das wird heute ein magischer Tag! Wee! Hehehehe! Ah! 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 Aufgepasst, Morphel! Ah! Oh-oh! Ein Rennauto ist im Meer gar nicht so schnell, Orphel! Oh, Mann! Hey! Morfet, Hilfe! Mila! Danke, Morfet! Toll gemacht, Morfet! Wir sind auf der Dschungelinsel! Jetzt suchen wir Geraldo! Nur wie kommen wir durch all die Bäume? Morfet, verwandle dich in einen Affen! Ein Rennauto ist im Dschungel gar nicht so schnell, Orfel! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Hä? Ah! Lecker Eis für Orfel! Keine Sorge, ich habe schon mehr gemacht! Jetzt ist genug für alle da! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ja, Phil! Verwandle dich in einen Ball! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Glitzer Mops kann uns in magische Haustiere verwandeln! Kannst du uns in Morfels verwandeln? Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mache einen Morphy! Was? Nein! Toll! Morf Helicopter! Wow! 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 Machen beim! Laut! Ist das Mr. Vanderob expend? Wow! Oha! Das kann nicht gut sein! Folgen wir ihnen! Versuch zu landen, April! Das ist ... Oh nein, sie haben den Kran getroffen. Auf Klappball. Offen ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Bilder, Mary. Ich bin hier um. Schnell, Morphel. Verwandle dich in ein Flugzeug. Juhu. Puh. Diesmal will ich ein Roboter sein. Ups. Tut mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Stoppt jetzt hier. Nein. Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphel. Ich sollte kein Morphel mehr sein. Kannst du uns bitte zurück verwandeln, Glitzermob? Nein. Ich hatte so viel Spaß. Es hat Spaß gemacht. Aber ein Morphel zu sein war so schwer. Ich bin froh wieder, ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphel und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Morphel? 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 Ihr werdet eingefallen. Oh nein. Das sind die Banditen. Ja. Und wir verschleimen jetzt die ganze Stadt. Stopp. Nicht den Plan verraten, dumm Kopf. Wir müssen sie aufhalten. Morphel, verwandel dich in... Hä? Nicht in meiner Stadt, Mila und Morphel. Was habt ihr da eigentlich vor? Wir müssen diese Banditen einfangen. Was ihr müsst, ist eure schleimige Sauerei sauber machen. Aber wir... Jetzt. Dann waschen wir den Schleim lieber schnell weg. Juhu. Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleimen. Oh oh. Schleim! Da sind sie. Sieh mal. Sie wollen Polizist Freeze zuschleimen. Oh oh. Morphel, sprühe den Schleim mit deinem Rüssel weg. tot. Aha. Ihr zwei schleimt also schon wieder herum. Macht das sauber. Aber wir... Jetzt. Na gut, Polizist Freeze. Juhu! Das da noch! Muffel, nicht rankommen! Wir brauchen was, mit dem wir den Schleim erreichen können. Muffel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Muffel, verwandle dich los! Juhu, geschafft, Muffel! Aber jetzt müssen wir die Banditen einfangen. Auf geht's! Da sind sie! Schnell, Muffel! Schieß sie mit einem Wasserstrahl ab! Du schaffst das, Muffel! Muffel! Also, stecken die Banditen hinter allen Schleimattacken? Ja, genau das habe ich versucht, ihnen zu sagen. Tut mir leid, Milla und Muffel. Da war ich wohl etwas... Danke, dass ihr die Stadt sauber gemacht habt. Und ich werde jetzt die bösen Bogen von der Straße putzen. Gern geschehen. Und immerhin haben wir die Schleimbanditen gefangen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Bitte sehr. Zwei kleine Roboter wie bestellt. Ausgezeichnet! Was war das? Oh, nichts. Danke. Tschüss, tschüss. Hä? Hast du alles mitgebracht? Jawohl! Perfekt! Oh, seht mal! Das sind die Banditen! Seht, es sind die Banditen! Nein! Oh! Psst! Muffel! Milla! Wo Ball? Vergiss den Ball! Wir gehen jetzt! Jetzt? Komm mit mir! Okay! Muffel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein! Okay! Möchtest du nach Hause gehen? Nein! Ähm, hast du irgendeine Idee? Nein! Muffel, hol das Eis dort! Hahaha! Milla, keine Bezahlung? Milla? Du verhältst dich sehr seltsam, Muffel. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein! Du sagst nur nein, nein, nein! Papa! Muffel benimmt sich komisch. Schau, Milla, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Muffel, möchtest du ein Eis haben? Nein! Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Muffel ist nicht echt. Die Banditen! Muffel, hol jetzt den Ball da! Haha! Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Äh, du weißt schon. Mädchenkram. Psst. Moffel. Hier drüben. Ah. Na, okay, dann. Mach du das. Bye, bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Woffel. Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Moffel, verwandle dich in mich. Jetzt zieh das an und wir können Papa und unseren Freunden Streiche spielen. Du siehst genauso aus wie ich. Moffel ist Mila. Oh, du bist es, Mila. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass ich noch hier oben bin. Oh, äh, dann musst du Moffel sein. Hey, Mila. Willst du und Moffel spielen? Moffel nicht hier. Aber Mila spielen? Toll. Gehen wir. Hi, Mila. Hi. Was sollen wir spielen, Mila? Du kannst dir so gut lustige Spiele ausdenken. Fangen? Ja. Okay, Mila. Du fängst. Hm. Ah. Hab dich. Wow. Hui. Hey. Hab dich. Wow. Moment mal. Du bist nicht Mila. Du bist Moffel. Schau. Moffel ist nicht bei Ihnen. Also können wir Ihnen Ihr Spielzeug klauen. Großartige Idee. Hey. Der gehört uns. Oh. Danke für den Hula-Hoop-Reifen. Gib ihn zurück. Hä? Mila. Hey. Das ist nicht nett. Was passiert hier? Was passiert hier? Lass mich runter. Es gibt zwei, Milas. Hey. Komm zurück. Moffel. Moffel. Hat es dir Spaß gemacht, ich zu sein? Ja. Aber Moffel am liebsten ist Moffel. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ich kann den Bus hören, ihn aber nicht sehen, Moffel. Hä? Hä? Bus winzig. Ein winziger Bus mit Busfahrer Stacy. Wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich fuhr die Straße entlang und zack. Auf einmal war ich winzig. Wir müssen dir wieder deine alte Größe zurückgeben. Bitte beeilt euch. Ich muss noch Fahrgäste abholen. Wir helfen dir. Moffel, verwandle dich in einen Bus. Moffel. Moffel. Sieh nur. Da ist ja alles winzig. Was ist hier nur los? Wo ist Officer Freeze? Kusch, bleib weg von mir. Kusch. Danke, Mila. Die Banditen haben mich geschrumpft, als ich in mein Auto einsteigen wollte. Ich wusste, dass die dahinter stecken. Aber wie sollen wir sie nur finden? Ich weiß wie. Wir folgen der Spur geschrumpfter Dinge. Moffel, verwandle dich in ein Polizeiauto. Wir lassen den heutigen Tag magisch werden. Moffel, Moffel. Moffel. Ein Mini-Fußball? So was. Eine Mini-Polizeistation. Sie haben ja sogar den Eiswagen geschrumpft. Was? Nicht in meiner Stadt. Die Banditen sind auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Aber wo sind sie jetzt? Winzig, kleiner Krass. Wir müssen uns den Schrumpfstrahler holen. Verfolge die bösen Banditen, Moffel. Gebt uns den Schrumpfstrahler, ungezogene Banditen. Niemals. Lass uns los. Abschuss. Jetzt Schrumpf, Moffel. Hey, was ist da los? Moffel schnappt Banditen. Danke für eure Hilfe, Milla und Moffel. Und euch werde ich wohl mal eine Zeit lang so klein lassen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Danke, Milla und Moffel. Hätten wir doch bloß unser eigenes magisches Haustier. Oh, wir könnten die Stadt so ins Chaos stürzen. Guck, da ist Orfel. Kannst du uns hier rausholen? Ja. Ja. Oh nein, meine Autos. Die sollten doch im Gefängnis sein. Nicht in meiner Stadt. Ach, da ist Officer Freeze. Schnell, Orfel. Verwandle dich in was Riesiges. Ein T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex? Ich dachte, du wärst Furchteinflößter. Ein Affe? Hey, gib meine Kamera zurück. Mach ich. Hol sie dir doch. Diese Banditen haben dafür einen Roboter gehabt. Einen Roboter? Wir schnappen uns die Mechaniker Joe. Die Banditen haben einen furchtbaren T-Rex-Saurier dabei. Ein Dinosaurier und ein Roboter? Seltsam. Wir schnappen uns die, Polizist Freeze. Die Banditen und der freche Affe haben meine Kamera da hochgehängt. Diese gemeinen Banditen finden wir, Morfel. Ein Roboter, ein Dinosaurier und ein Affe. Ich glaube, dass Orfel bei den Banditen dabei ist. Wir schnappen uns die, April. Ach, das ist nie laut, Morfel. Schnell, Orfel. Verwandle dich in etwas Riesiges. Morfel, verwandle dich auch in einen T-Rex. Morfel, gib das auf. Du bist nicht groß genug. Hä? Ja. Morfel, verwandle dich auch in einen Roboter. Es geht mir nicht besonders gut. Orfel, hör auf damit. Na gut. Orfel, jetzt dann müde. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja. Aber denk dran, nicht den Garten verlassen. Denn die fiesen Banditen könnten ausgebrochen sein. Ein, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Sind wir doch nicht da? Trage mich. Da fällt mir aber was Besseres ein. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Gefunden. Du bist zu gut bei dem Spiel, Mila. Aber Morfel finde ich nirgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Nö, der versteckt sich mal richtig gut. Morfel. Morfel. Komm raus und zeig dich uns. Du hast gewonnen. Bitten wir unser magisches Haustier Glitzer-Mobs, uns in Morfels zu verwandeln. Wow, danke. Klasse. Ich verwandle mich in ein Rennauto, um ihn schnell zu finden. Und wenn ich fliegen kann, kann ich nach Morfel von oben überall suchen. Ist ja Hammer. Ich bin ein Superheld. Da ist Morfel. Gefangen von den Banditen. Nein. Morfel. Oh. Halt mal. Die Brücke fährt da ganz hoch nach oben. Das schaffen wir schon. Ich befehle euch, anzuhalten. Hey! Muffel, verwandel dich in einen Hubschrauber und flieg über die Brücke. Danke, Mila. Nun haben wir unseren eigenen Hubschrauber. Hey, was ist denn jetzt los? Mir fällt was ein. Komm, mir macht's. Muffel, kein Bandittenhubschrauber. Schnell, klauen wir die Fahrräder und hauen ab. Oh-oh, Tia. Mila? Ja, ich bin's, Muffel. Spring rein. Wir bringen die Banditten dahin, wo sie hingehören. Entschuldigung. Nächstes Mal Muffel macht, was Mila sagt. Alles gut. Mit verwandelbaren magischen Freunden ist jeder Tag einfach magisch. Muffel, jetzt doch her. Hi, Mila, Muffel, Boba. Seht euch mal meine allerneuste Erfindung an. Wow, die sieht unglaublich aus. Hihihi. Ähm. Was ist das? Sie kann alles größer machen. Kann es auch Bubas Blasen größer machen? Lass es uns doch herausfinden. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das magische Haustierzentrum. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber und hol uns aus dieser Blase. Und jetzt fliege zum magischen Haustierzentrum und lass die Blase platzen. Wenn die Blase zerplatzt ist, verwandle dich in einen Fallschirm, damit das Gebäude sicher auf den Boden kommt. Ich hoffe, er hat dich gehört. Morphel, Blase platzen. Morphel, Fallschirm. Gefahr ist gebannt. Ah. Stehenbleiben. Du bist verhaftet. Du hast das Recht, riesig zu bleiben. Jede Luftblase, die du machst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Oh, nein. Alles ist in Blasen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Morphel, mach. Jetzt halt still. Da-da-da. Mega-Morphel. Da ist er. Wir helfen dir, Boba. Jetzt müssen wir uns um die restlichen Blasengebäude kümmern. Ha. 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 Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ha. 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 Hallo, Mila und. Ha. Ha. Morphel. Es scheint, dass ich die Grippe habe und meine Arbeit nicht machen kann. Können wir Ihnen helfen, Mr. Joe? Morphel Hilter. Oh, diese Fahrzeuge müssen schnell zu Ihren Besitzern gebracht werden. Aber ich habe... Ha. Ha. Ich habe diese Liste. Oh, oh, die Namen der Fahrzeugbesitzer sind alle verschmiert. Aber ich denke, wir können es immer noch herausfinden. Morphel, verwandle dich in einen großen roten Truck. Hm. Ich glaube, der Traktor muss an Polizist Freeze gehen. Doch der Polizist hat einen Traktor. Ich glaube, so steht es auf der Liste. Okay. Hä? Ha. 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 Aber, aber das... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eide. Hä? Ha. 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 Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, diese Kinder. Ha. Ha. Hm. Das ist unmöglich. Oh nein. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphel. Verwandel dich auch in ein Polizeiauto. Morphel, fahren Sie! Versuchen wir jetzt, die Fahrzeuge zu den richtigen Besitzern zu bringen. Hm. Hm. Ich glaube, dieser Traktor gehört zu... Ha. Farmer Bob. Und der Eiswagen muss Geraldo gehören. Juhu. Juhu. Oh. Hey, Mila und Morphel. Wie ist es gelaufen? Es ist alles geliefert worden, Mr. Joe. Oh, toll. War die Liste eine Hilfe? Nun. He. 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 Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Mila. Morphel liebt Spiegelwelt. He. 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 Nein, 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 Morphel. Steck ihn wieder in mich rein. Das ist Orphel. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphel sehr freundlich ist, befürchte ich, dass Orphel in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass Orphel in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphel. Lass uns eine Weile mit Chroma spielen. iaspeme. He, 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 he. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Oh, uli, Sofisser? Schön. Was machst du denn da? Morphel. He, 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 he. Morphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke, aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher? Nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Orphel. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Morphel! Äh, wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphel? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Morphel grün. Cromer, male Orphel grün an. Orphel grün? Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen. Oh, der Stern ist aber super schnell über den Himmel geflogen. Das ist eine Sternschnuppe. Sieh her! Wünscht man sich etwas bei einer Sternschnuppe, geht es in Erfüllung. Sternschnuppen machen Wünsche. Orphel holt Stern, macht Wünsche. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir die Sternschnuppe besser sehen können. Vielleicht auf einen Berggipfel. Morphel, verwandle dich in einen Superanzug. Morphel, Morph, Morph! Orphel ist schneller, ist der erste Mann stark. Morphel, wir brauchen noch einen Raketenrucksack am Superanzug. Orphel nimmt Abkürzung. Orphel fliegt in die falsche Richtung. Orphel gewinnt. Der Berg ist ein Vulkan. Du musst da runter. Sofort. Orphel fängt Stern. Bekommt Wünsche für immer und ewig. Orphel, nein. Wir haben dich, Orphel. Orphel wollte Stern fangen. Die Sterne sind viel weiter weg, als sie scheinen. Ich denke, wir sollten uns alle gemeinsam etwas wünschen. Gemeinsam? Morphel, verwandle dich in ein fliegendes Zauberhaus. Morphel! Morph, Morph! Oh, seht euch den Stern an. Und den da. Orphel fängt Stern. Orphel, du hast einen Stern gefangen. Wow! Gemeinsam wünschen? Ja! Tun wir es! Morphel, Orphel, schließt eure Augen und wünscht euch etwas. Ich wünsche mir, dass jeder Tag mit einem magischen Haustier einfach magisch ist. So, Mila und Morphel, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick! Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphel. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Banditomobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Mhh, nicht übel. Bwah! Hab ich! Nun können wir Atmosfrostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Ah, hallo die Dame. Oh, stört sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass sie fragen. Ha! Fliege sie ein! Viel besser, nicht wahr? Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Wow! Hä? Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo! Die sind dran! Oh nein, Morphel ist eingefroren. Morphel, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphel. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben! Aber wir sitzen doch, Officer Freeze! Aufgepasst, Morphel! Schnappen wir sie uns! Oh, danke, dass du das Eis geschmolzen hast, Morphel. Jetzt verwandle dich in einen Monster-Eistruck. Und ich habe sie das Eis. Oh. Super gemacht, Morphel! Oh! Was ist das denn? Wie wäre es damit? Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen. Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hier, meine neueste Erfindung, der Teddystrahler. Er verwandelt Menschen in Teddybären. Nein! Ich bin ganz flauschig. Ist das nicht großartig? Morphel spielt mit Teddybär Mila. Tschüss, Professor Paula. Tschüss, Mila und Morphel. Und jetzt ist es Zeit, mich zurückzuverwandeln. Oh nein, mit meinen Teddypfoten kann ich den Teddystrahler nicht benutzen. Hast du das gerade gehört? Ja, ich liebe Teddybären. Uh, jetzt stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben, wenn jeder in der Stadt ein winzig kleiner Teddybär ist. Oh! Mila-Teddybär ist bester Teddybär. Oh! Banditen! Und sie haben den Teddystrahler? Oh! Nicht in meiner Stadt. Wir werden die Banditen aufhalten. Morphel, verwandle dich in einen Tiger. Und los! Was wollt ihr beide? Deine magischen Haustiere. Was? Oh nein. Hey! Verwandelt mich sofort zurück! Bleibt sofort stehen, Banditen! Ihr bekommt unsere magischen Haustiere nicht in die Finger. Morphel, verwandle dich in einen grausigen T-Rex. Morphel! Wart auf! Wir haben das nicht bis zum Ende durchdacht. Aber wir brauchen noch den Teddystrahler. Schnell hinterher! Wie wäre es, wenn wir dich in einen Teddybär verwandeln? Der Teddystrahler funktioniert nur bei Menschen. Ach, nö! Nun bin ich ja ein Teddybär. Oh! Du bist so süß! Toll! Jetzt können wir alle wieder zurückverwandeln. Ah, so ist's besser. Und schlechter wird's für euch. Oh! Immerhin habe ich einen knödeligen Teddybär als Zellen genossen. Jorn, lass mich bloß runter! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Schau, Morphel! Genau so! Morphel auch! Morphel auch! Mach dir keine Sorgen, Morphel. Du wirst den Dreh schon noch rauskriegen. Aber du wirst nie so gut sein wie dieser kleine Kerl. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu pusten. Er neigt dazu, vor Freude zu platzen. Wow, wow, wow! Seht ihr? Das sieht nach Spaß aus! Ähm, Boba, das ist hoch genug. Ich kann nicht raus. Morphel, verwandel dich in etwas Großes. Ah, Kipplaster! Jetzt Morphel retippt Mila. Na, Mila? Oh-oh! Was ist da? Hä? Hilfe! Hilft mir! Morphel, Hilfe! Wow! Wow! Oh nein! Da fällt ein Auto direkt vom Himmel! Puh! Da bist du ja, Boba! Hör zu! Du kannst deine magischen Seifenblasen nicht überall hinpusten. Das verursacht eine Menge Probleme. Morphel, kannst du meine Blase platzen lassen? Hä-hä! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh, puh! Danke, Morphel! Oh nein! Wow! Oh-oh! Ja! Du hast mich gerettet. Ich danke dir, Morphel. Ja! Schön! Ha! Ich war etwas verunsichert, ob ich mein Auto wiedersehen würde. Nun, Boba, wenn du das nächste Mal vorbeipustest, nimm es bitte nicht zu wörtlich. Das war das ganze Mal vorbeipust! Vielen Dank.